Heute gibt es eine gute Ausbeute, das habe ich irgendwie im Gefühl. Mal schauen, was wir für unsere drei Euro bekommen. Vorher mussten wir allerdings noch ein bisschen Zeit vertrödeln, weil wir etwas früh dran waren. Und ich habe den ekeligsten Baum ever gesehen. Seht ihr diese ekeligen dicken Raupen da dran hängen, die wirklich alles eingesponnen haben? Ich meine, was sind das für mutierte Viecher? Dann gab es endlich die Ausbeute beim Bäcker. Zwei Brote und drei Brötchen, die sonst im Müll gelandet wären. Damit ist das Essen fürs Wochenende doch gesichert.